Hallo und herzlich willkommen zu unserem Interview der Woche. Wir wollen euch natürlich auch in der Pause mit möglichst vielen Informationen rund um Borussia Dortmund versorgen. Und heute habe ich einen ganz speziellen Gast bei mir. Es ist Willi Droste, unser Platzwart, Greenkeeper, Rasenpaps und das alles in einer Person. Er sorgt dafür, dass wir so einen fantastischen Rasen hier im schönsten Stadion der Welt haben. Und jetzt ist es auch wieder einmal offiziell. Im Signal Iduna Park liegt der beste Rasen der Liga. Pitch of the Year wird jedes Jahr neu ausgeschrieben und wir haben es in diesem Jahr gewonnen. Richtig. Zu Recht auch. Das ist sehr schön. Ich hatte mir von dir jetzt vielleicht so ein bisschen erhofft, dass du sagst, weißt du was Norbert, das ist jede Menge Arbeit, diesen Rasen so hinzukriegen. Mit was ist das überhaupt alles verbunden, dass man so eine Auszeichnung bekommt? Ja, das ist damit verbunden, dass man gute, beste Mitarbeiter hat, die einfach ihr Herzblut hier reinschmeißen und tagtäglich dafür sorgen, dass wir diese Rasenqualität hier bieten können. Und seit 2014 gibt es ja, ich sag mal, diese Vergabe. 2014 haben wir an erster Stelle gelegen, 2017, 2020 geht es wieder. Zum dritten Mal schon. Und wir haben immer unter den ersten Dreien gestanden, also immer Champions League. Das zeigt die Mannschaft, die hier arbeitet, meine Jungs, die das umsetzen, was die für eine Qualität haben und dass die auch gleichbleiben, diese Qualität. Einmal Meister machen kann jeder, aber kontinuierlich in der Spitzenklasse zuspielen. Das zeigt schon, was für eine Qualität die Jungs hier abliefern. Jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, ja, was ist denn das Besondere an diesem Rasen? Ja, was das Besondere ist, ist eine Spitzenqualität. Wo kommt der, ist der, ist das Rollrasen, ist das Angesäder Rasen? Das ist Rollrasen, seit 2015 haben wir ja, nee, seit 2015, Thomas Tuchel wollte das haben, diesen Hybridrasen, 16 Prozent Kunststoff haben wir hier drin. Dieser Rasen kann nicht gewechselt werden, der kann nur renoviert, also was heißt renoviert werden, der wird, ich sag mal, etwas rausgefräst und immer nur mit Nachsaat wieder eingesät werden. Auch in diesem Jahr wieder? Auch in diesem Jahr, man sieht es ja hier, die graue Plane, arbeiten wir jetzt. Es ist wie eine Fußballmannschaft in der Vorbereitung. Das ist für uns Vorbereitung für die neue Saison, wo wir die Dinge richten, stellen müssen, dass wir auch für die neue Saison wieder einen Top-Rasen der Mannschaft bieten können. Jetzt heißt es immer, Rasen braucht Wind und Sonne. Warum deckt ihr den denn zu? Er keimt schneller. Heute Morgen sind die ersten grünen Spitzen, ich sag mal, nach einer Woche zu sehen und das ist schon, dann hat er fast den Durchbruch und wenn der okay ist, dann hoffe ich, dass das Wetter dieses Jahr so bleibt, was du schön sagtest, Wind, Sonne, hier geht, die Ventilatoren laufen noch gar nicht. Hier sieht man aber auch, wie der Wind unter der Plane durchgeht, das ist ja echt cool. Die ist durchlässig und das ist ganz, ganz wichtig und wie gesagt, der kommt aber nur in Anführungsstrichen gute zehn Tage und dann kommt die Plane runter, dass der dann auch sich, ich sag mal, dann explodiert er, dann wächst er. Du betreust ja nicht nur den Rasen hier im Stadion, sondern wir haben ja auch noch auf dem Trainingsgelände, wie viele Plätze haben wir überhaupt, elf, zwölf, ich weiß gar nicht genau. Ja, muss ich auch, eben ein, zwei, neun Plätze haben wir da. Ist das der gleiche Rasen oder kommt da wieder was anderes? In Brackel haben wir einen Platz, auch mit dem 16 Prozent Hybrid, also Kunststoff, damit wir auch in Brackel der Mannschaft die Möglichkeit geben, bei Heimspielen die gleichen Voraussetzungen zu haben, wie hier im Stadion. In der Liga ist in Wolfsburg, ich sag mal, Brit, wo sie dann die Möglichkeit haben, auch in Brackel drauf zu trainieren. Oder ich sag mal, in Leipzig, da ist aber etwas anders, nicht so Hybrid, da ist es mehr so eine Sode, wo Kunststoff drin ist. Aber, ja, ich sag mal, es setzt sich mittlerweile immer mehr durch. Jetzt, in den letzten zehn Jahren ist viel passiert. Ich bin ja auch hart, wir sind ja seit vielen Jahren befreundet, und du erzählst mir ja auch immer, was ist, was so alles passiert, UV-Bestrahlung, Rasenheizung, Belüftungsanlagen, Hybrid, Rasenbelüftungsanlagen, was kommt denn als nächstes hier für eine neue Technologie hin? Ja, wir haben ja schon das modernste der modernsten, ich sag mal, Lichter, das ist wie dieses Wachstumslicht, das, was jeder versteht. Für unsere Zuschauer, im Winter sieht man, die Stadien sehen alle so ein bisschen orange aus. Das hat einen Grund, die Lampen sorgen für was? Die Lampen sorgen, dass der auch im Winter durchwächst. Also der hat ein durchgängiger kontinuierliches Wachstum. Man muss wissen, Rasen wächst im Winter sonst überhaupt nicht. Nein, also wo wir die Lampen bekommen haben, das war, früher habe ich mich immer auf das Frühjahr gefreundet, den ersten Rasenschnitt, diesen Geruch, den man auch von zu Hause erkennt, wenn das wieder riecht. Und hier haben wir dann am zweiten Weihnachtstag, wo wir die Lampen bekommen haben, gemäht, dann sagst du auch, die Welt ist verrückt. Wir mussten vieles, was wir gar nicht kannten oder wo man sich dann zurückerinnern muss. Du musst weiterhin düngen, er braucht Wasser. Ja, ich weiß noch, wo Josef Schneck mich anrief und sagte, da oben auf Westen ist ein brauner Flecken. Ich sage, erzähl mir noch nicht so ein Blödsinn, dann haben wir auch immer so ein Blödsinn, wie wir beide oft machen, so ein bisschen schwälen. Und da sagte er wirklich, ich stehe hier oben. Und dann sagte es, klick oben und er sagt, halt, wenn der wächst und das Licht hat und die, ich sage mal, die Rasenheizung läuft, braucht er natürlich auch Wasser. Ja, ja. Einfaches Denken, dann auch das mussten wir dann umbauen, dass wir auch im Winter dann wässern konnten, weil wir im Winter sonst das Wasser immer runtergenommen haben. Das ist eure Angst, es fehlt uns zu. Wie viele Jahre bist du schon bei uns? Ich bin jetzt im 21. Jahr da. 21 Jahre, du hast nicht im Kopf, wie viele Träne du hattest, ist ja auch egal. Aber es gibt verschiedene Trainer und Trainer haben manchmal unterschiedliche Auffassungen vom Rasen. Gibt es da spezielle Auswüchse bei den Trainern und dem Rasen? Es gibt spezielle, es waren Bekloppte da und hat mich natürlich auch gereizt, wo ich sagte, diesen Trainer überlebst du auf jeden Fall noch. Ja, so lange machst du noch. Ja, der ist nicht, und es gibt auch sehr schöne Geschichten. Im November mal Jürgen Klopp, das war ja so einer wie du und ich, der dann vom Weiten rief, das ist aber eine Scheiße hier, dieser Rasen. Ja, wo ich dann zurückgehoch, wächst dein Rasen zu Hause? Ja, und der dann nach dem Training machte dann immer so, komm mal hin, das Gebäude, da haben wir dann eine Zerrette gehaucht, eine Flasche Brinkhoffs getrunken, da war die Sache wieder aus der Welt. Also Willi, ich fand das jetzt mal wieder, obwohl wir uns schon so lange kennen, unfassbar interessant, sich mit dir zu unterhalten. Dem Rasen kann man gar nicht genug von hören. Ich kriege meinen weiterhin nicht zu Hause in Schuss, aber du weißt ja auch, du weißt ja auch, woran das liegt. Ja, weil ich nicht gekommen bin. Ja, ganz genau. Ich kaufe jetzt schon die dritte Kiste Bier abgelaufen. Scheiße. Immer weil du hast gesagt, du willst mein Rasen machen. Okay, hier ist er in Ordnung, ist auch viel, viel wichtiger als bei mir zu Hause. Das war's heute von uns. Vielen Dank, dass dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, für euch war es auch interessant. Tschüss, macht's gut, der Nobby und der Willi. Tschüss, macht's gut, der Nobby und der Willi.